Hat er nicht gerade viel gebracht. Bin ich da? Oh. Hi! Ich mach hier gar nichts. Ich bin voll innocent. Oh Gott! Uh! Aua! Darf ich mich kurz heilen? Ganz schön nicht. Pickfressel? Pickfrosch! Ich hoffe, rumzututen. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Oh, mein erster Tod, ne? Mein erster Tod, ne? Du weißt, also dran! Du weißt, ich verletzt! karte hier müsste ich eigentlich hin was erkunden nimmt mir so viel zeit hier schon wieder was ist dieses fragezeichen wie weit wurde es jetzt zurückgeworfen keine ahnung das weiß ich nicht die sonderkanister wenn du in ihrer nähe wissen es ja ich bin anscheinend in der nähe das ist das problem dieses dieser piepton aber anscheinend bin ich nie so wirklich in der nähe ich werde es noch herausfinden irgendwann so das fragezeichen ist jetzt wo du wurdest gestochen ja ja das war nur eine biene das ist ein panzer geil ok warte mal wir sollten erst mal killen ja oh oh platz oh 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 so ich weiß was du willst ich stehe ui so kann wir bitte das aufmachen dietrich schwer wir gucken wir kriegen das bestimmt hin Also eher in die Richtung. Oh, das ist gemein. Das ist fies. Immunität, oh Gott sei Dank. Dankeschön, Dankeschön. Gehen echt schnell kaputt hier, ne? Vorsichtig. Ist dem Panzer auch was? Äh. Weil. Einmannpackung. Oder? Geh hier rein? Oh, bitte, lass mich hier rein. Hier drin pennen wir doch cool. Fragezeichen müsste ja jetzt weg sein, ne? Chance zu finden. Gibt's da noch mehr? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Steht ja Chance zu finden. Das heißt nicht, dass ich's finden werde. Oder ist das, kann man hier jeder, jederzeit zurückkommen. Ab ins Loch. Jetzt ist Loch. Ja, ja. Ich sehe jetzt jedenfalls nichts. Eines der drei. Was? Nani? Heilige Dreifaltigkeit. Okay. Was ist reserviert. Was ist reserviert? Hab ich alle... Da bist du ja, du Stich! Nappt euch diesen Wichs! Du bist tot! Ah, ich drücke meinen falschen Knopf. Dein Maul. So, aufgespießt. Mit dem Arsch voran. Der wurde auch gestochen. Oh. Rufspeer? Oh, nee, oder? Hehehe. Das mache ich nicht. Und jetzt mein Gehirn, wir werfen ohne Melaster und schlüssen die Türe. Ich schleiche uns ran und lausche. Hier ist er sofort wieder an und der kontaminierter Komplettehaus. Alles muss sauber sein. Alle Kräuter kehren wird deine Waffe. Als er endlich wieder rauskam, er war gegen einer dieser Typen. Was sehen die da eigentlich? Wer labert da? Ich war davon besessen, herauszufinden, wer diese Leute waren. Guten Tag, kann ich hier auch mich dazusetzen? Fand ich einen Ex-GRI-Mitarbeiter, der bereit war zu reden. Worüber denn? Über den Ursprung des Ausbruchs. Über den Vorfall im Genfer Labor. Über die erste Ausbreitung der Infektion. Die Vertuschungsmaßnahmen. Mein Vater war daran beteiligt. Ich dachte immer, sie hätten ihn wegen seines guten Rufes ausgesucht, weil er der Beste war. Aber nein, sie nahmen ihn, weil er alleine arbeitete. Macht es leichter, die Spuren zu verwischen. Der Mann im Haus war Patient Null. Das war sechs Wochen, bevor der THV-Ausbruch bekannt gegeben wurde. Die Ratten haben ihn gekillt. Mich ließen sie nur davon kommen, weil sie zu beschäftigt damit waren, alles zu vertuschen. Sechs Wochen vorher? Wow! Wenn die Leute das damals schon gewusst hätten, das hätte sie alle retten können. Ja. Und die Verantwortlichen sind irgendwo hier. Und wenn ich sie finde, dann werden sie sich wünschen, die Infektion hätte sie erwischt, nicht ich. Sieben Tage, fucking sieben Tage, dann sitze ich eine Woche nur noch hier. Ja, das glaube ich dir. So, war jetzt einfach so ein Lagerplatz und wo man was sich anhören kann oder was? Begegnung. Begegnung ist ja hier halt, ne? Was, wenn ich mich jetzt nochmal hinsetze? Passiert wahrscheinlich nix. Was denn, Dark? Was für eine Idee? Was? 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 Ich liebe es, wenn du einfach so flexibel hier rumrennen kannst, das ist schon cool. Huch! Hi, Kumpel! Hi! 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 Hey! gained viel ab und sechs? Ich hab ihr Hunger und ganze Zeit. Ich habe ja already viel ab. Und jetzt stehen schon wieder vor. Okay. Wo komme ich jetzt da bitte hin? Ist ja alles verbarrikadiert hier. Wir müssen anfangen, das Wasser zu rationieren. Klopf, klopf. Uiuiui, was ist denn hier passiert? Ich habe sie mal auf Discord geschickt. Das kannst du dir mal eine Pause anschauen. Und mit da gehen. Alles klar. Doch aber gut, dass du vielleicht eine Alternative gefunden hast. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier hin, ne? Verbringen sie die Zeit auf dem Bazar, während sie darauf warten, von Hakon zu hören. Elektrizität erforderlich, sowas besitze ich nicht. Gehen wir mal hier hin. Vielleicht bin ich unterwegs noch irgendwie Kisten oder so, die ich gebrauchen könnte. Ich dachte, das wäre ganz cool. Ich dachte, das wäre ganz cool. Ich dachte, das wäre ganz cool. Ich weiß noch gar nicht, was ich am Wochenende essen werde. Gar kein Plan. Evakuierungskonvoi. Ach du Scheiße. Los! Uh! Ich habe dich nicht eingeladen, Junge. Er. Ach du... Das wäre ganz cool. Ich habe dich nicht gesehen. Hier ist ja ganz cool. Ich will halt da hin, aber das ist nicht so einfach. Oh, oh, ist gleich kaputt. Ich spieße euch einfach alle auf, ihr blühten Kacknasen. Ah, es wird aber nicht weniger. Fände ich weniger. Ja. 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 Oh! 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 Uh... Oh! Oh Mann! Jetzt nervt doch nicht so niedrig mittel. Ich kann ja nicht mal hier was machen. Geschraubte Keule. Gott sei Dank habe ich jetzt so eine Waffe bekommen. Ach, der war ja verbuggt. Hi, Kumpel. Oh, first try. Wow. Armreif. Kann ich wahrscheinlich verkaufen. Was war das jetzt? Kommt die jetzt alle her? Ich geh jetzt. Na ja, ich schnauze. Weil ja... Dunkle Höhle. Ja ja ja. Ja ja ja. Ja ja ja. Oh, 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 oh. Wir müssen halt genug sammeln, damit wir auch ein bisschen Kohle haben, um überhaupt uns noch was leisten zu können. So, erstmal aus dem Hinterteil. Es ist ein Looten. Schalten Sie was frei? Das war halt so schnell, das habe ich gar nicht mehr lesen können. Oha! Hinab, hinab, hinab. Mann. Schreck mich doch nicht so. Deren Problem. Alter, das ganze Gebäude ist ja voll. Mal an den Schrank da ran. Geht wieder bergauf mit dem Hund. Oh, Gott sei Dank, Pauni. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ja. Was ist hier bei Schwachsinn? Eigentlich ist ja hier Licht, aber trotzdem... var. Ja. Ja. Ja, ja. 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 nun alles wird aus hat gemacht hat sagt mal guten tag so irgendwo ist doch dieser beschissene behälter ziemlich genau der art wo ich nachts war ja 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 ich hoffe ich krieg das irgendwie noch hin dass ich das besser finde scheiße sonst mal kurz gepiept aber das sollte 100 pro hier drin sein ja 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 sehr schön wenn ich es finde da habe ich auch was vergessen so das ist auch ein hund blut blut tut der lest ganz gut wo ist die beschissene kiste damit habe ich bis jetzt am meisten schwierigkeiten diese scheiße zu finden ja das muss ja hier irgendwo muss das ja hier sein ja 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 ja